Der traurige Grund, warum Dick York bewitscht verlassen hat. Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn eine beliebte TV-Show einen ihrer Lieblingscharaktere mit einem neuen Schauspieler neu besetzt. Aber es ist ein Szenario, das sich seit den Anfängen des Fernsehens immer wieder abgespielt hat. Eine der berühmtesten TV-Neufassungen war verliebt in eine Hexe. Darin, ursprünglich gespielt von Dick York, wurde in Staffel 6 gegen Dick Sargent ausgetauscht. Und viele Zuschauer haben bis heute keine Ahnung, warum Dick York die Serie verlassen hat. Der wahre Grund für seinen Abgang ist eigentlich ziemlich herzzerreißend. Bewitscht war ein riesiger Erfolg für York. Für seine Leistung im Jahr 1968 wurde er sogar für einen Emmy Award nominiert. Aber schließlich war der Schauspieler gezwungen, sich aus der Serie zurückzuziehen. Eine der populärsten Theorien zu dieser Zeit, warum er sich entschied, es zu beenden, war eine Art Streit zwischen dem Schauspieler und den Netzwerkmanagern über Geld. Kurz gesagt, die Leute vermuteten, dass Dick York mehr Geld wollte und die Netzwerkbosse es nicht hatten. Aber so plausibel dieses Szenario auch klingen mag, nichts könnte weiter von der Realität der sich abspielenden Situation entfernt sein. Obwohl Dick York es absolut liebte, auf dem Programm zu sein, und er spielte seinen Brunnen ziemlich fehlerlos, blieb er viel länger dabei, als er hätte tun sollen. Gesundheitsprobleme verfolgten ihn die meiste Zeit seiner Amtszeit am Set und sie würden ihn schließlich zum Verhängnis werden. Einige Jahre bevor Bewitscht mit der Produktion begann, erlitt Dick York eine traumatische Rückenverletzung, als er den Film They Came to Cordura drehte. Dieses tragische Ereignis hinterließ bei ihm ständige Schmerzen und der Schauspieler konnte nicht längere Zeit stehen, ohne sich enorm unwohl zu fühlen. York wandte sich zur Linderung Schmerzmitteln auf Opiatbasis zu. Um einige seiner Symptome zu lindern, wurde an einer Schräge hinter der Bühne des Sets eine Wand gebaut, damit er sich zwischen den Aufnahmen dagegen lehnen konnte. Das diente nur als vorübergehende Lösung, denn in der Mitte des Produktionszyklus der dritten Staffel wurden seine Schmerzen so schlimm, dass die Dreharbeiten immer häufiger unterbrochen werden mussten. Um zu versuchen, die Einschränkungen des Schauspielers zu umgehen, wurden darin mehr Szenen gegeben, in denen er entweder im Bett lag oder auf einem Stuhl oder einer Couch saß. Aber obwohl sich diese Lösung als nicht ausreichend erwies, um seinen Bedürfnissen gerecht zu werden, wurde darin zunehmend ohne große Erklärung aus den Drehbüchern geschrieben. Meistens wurde seine Abwesenheit damit entschuldigt, dass er auf Geschäftsreise sei oder dass Samantha ihre verhexten Familienmitglieder besuchen müsse. Dick York litt während der Dreharbeiten zur fünften Staffel an einer plötzlichen Krankheit, die sich als Tod seiner Zeit bei der Arbeit an der Serie herausstellte. Während der Produktion der Folge »Papa macht sein Ding« bekam er hohes Fieber von 105 und fühlte sich ziemlich krank. Aber das hinderte ihn nicht daran, zur Arbeit zu erscheinen. Er nahm einen starken Antibiotika-Cocktail und dachte, er wäre gut zu gehen. Aber es stellte sich heraus, dass er es nicht war. Obwohl er eine Schaffelljacke trug und es Hochsommer war, fror er und konnte nicht aufhören zu zittern. Während er eine Szene auf einem Baugerüst drehte, brach Dick plötzlich zusammen. Er wurde in eine nahegelegene medizinische Einrichtung gebracht, wo er einige Zeit zur Genesung blieb. William Escher, der Regisseur der Show, besuchte York und fragte ihn, ob er Lust hätte, die Show zu beenden. Dick antwortete, indem er sagte, »Wenn es dir recht ist, Billy«. Als die Show um eine sechste Staffel verlängert wurde, wurde Dick York durch Dick Sargent ersetzt. Natürlich war das Publikum von der Änderung nicht begeistert und bewitscht lief nur für weitere zwei Staffeln, bevor es abgesetzt wurde. Zusätzlich zu den sinkenden Einschaltquoten hatte Elisabeth Montgomery, die Samantha Stevens spielte, nicht mehr das Gefühl, dass es sich lohnt, die Show ohne York auf Sendung zu halten. Es wurde offensichtlich, dass es an der Zeit war, weiterzumachen. Und weitermachen taten sie. Selbst nachdem er sich von Bewitscht zurückgezogen hatte, verschlechterte sich Yorks Gesundheitszustand weiter. Seine Rückenschmerzen verschlimmerten sich weiter und damit auch seine zunehmende Abhängigkeit von hochwirksamen verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln. In den nächsten Jahren kämpfte er mit den Schrecken der Opiatabhängigkeit, und als er schließlich entschied, dass genug genug war, und die Drogen nippte, litt er tagelang unter schrecklichen Entzugserscheinungen. Darunter kalter Schweiß, Übelkeit, Erbrechen und Halluzinationen. Obwohl er seinen Kampf gegen die Sucht gewinnen konnte, blieben seine gesundheitlichen Probleme bestehen. Es sah so aus, als wäre seine Hollywood-Karriere ziemlich kaputt. Er und sein Ehepartner kauften einige Immobilien und beabsichtigten, sie zu vermieten, um davon zu leben. Aber er war nicht dafür geschaffen, ein Vermieter zu sein. Sein Herz war zu groß und er konnte es einfach nicht ertragen, Menschen, die bereits Sozialhilfe bezogen, zu sagen, dass sie vertrieben wurden, wenn sie ihre monatliche Miete nicht bezahlen konnten. Wegen fahrlässiger Zahlungen verlor das Ehepaar schließlich das Gebäude. Dick York konnte es sich nicht einmal leisten, zum Zahnarzt zu gehen. Bald verfaulten seine Zähne und verfaulten direkt aus seinem Kopf. Er nahm weit über 100 Pfund zu und fand keine Erwerbstätigkeit. Aber Ende der 80er Jahre sah es so aus, als würde er beginnen, sein Leben zu ändern. Er verlor sein ganzes Gewicht, ließ seine Zähne reparieren und kehrte sogar zur Schauspielerei zurück, indem er in Serien wie Fantasy Island und Simon & Simon auftrat. Aber nachdem er die Arbeit an diesen Shows beendet hatte, kamen keine Anrufe mehr herein und er war wieder da, wo er angefangen hatte, arbeitslos, krank und pleite. Obwohl er meist bettlägerig ist. York verbrachte seine verbleibenden Jahre damit, Schauspiel zu unterrichten und mit der vorübergehenden und obdachlosen Bevölkerung zusammenzuarbeiten. Die Not der Obdachlosen war schon immer etwas, das York sehr berührte. Mitgefühl war eine seiner bewundernswertesten Eigenschaften. So wie er es sah, konnte jeder irgendwann in seinem Leben ohne Zuhause sein. Es half nicht, dass York auch ein starker Raucher war. Es wird berichtet, dass er drei Packungen Zigaretten am Tag rauchte. Diese schlechte Angewohnheit holte ihn schließlich ein, als er einen schwächenden Fall von Emphysem bekam. Am 20. Februar 1992 fiel er im Alter von nur 63 Jahren den Folgen jahrzehntelanger körperlicher Vernachlässigung und nachlassender Gesundheit zum Opfer. Er wurde auf dem Plainfield Cemetery in Rockford, Michigan, beigesetzt. Die Geschichte von Dick York ist wirklich eine der traurigeren, die Hollywood zu bieten hat. Möge sein Leben als Wahnende Geschichte für diejenigen dienen, die ihrer Gesundheit möglicherweise nicht die Art von Priorität einräumen, die sie verdient. Und um Himmels Willen, wenn sie drei Schachteln Zigarren am Tag rauchen, tun sie sich selbst einen Gefallen und holen sie sich ein Nikotinkaugummi in der Drogerie. Es ist Zeit aufzuhören. Jetzt würden wir uns freuen, von allen Bewitched-Fans da draußen zu hören. Was denkst du über Dick Sargans Auftritt als darin? Glaubst du, dass er seine Rolle angemessen gespielt hat? Oder denkst du, dass niemand jemals Dick Yorks Fußstapfen füllen könnte? Teilen Sie uns Ihre Meinung im Kommentarbereich mit. Untertitelung des